In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe der Integralrechnung die Fläche zwischen einer Funktion und der x-Achse bestimmen kann. Um eine Fläche berechnen zu können, muss man natürlich ein Integral lösen. Dafür braucht man diesen sogenannten Hauptsatz der Integralrechnung. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz in Erinnerung bringen. Ein Integral sieht wie folgt aus. Also wir haben hier Integral von a bis b, f von x dx, wobei a die untere Grenze und b die obere Grenze sind. Wenn man das Ganze lösen möchte, muss man natürlich zuerst die Stammfunktion bilden. Und die Stammfunktion wird von der Darstellung diesen eckigen Klammer geschrieben. Die Grenzen dann rechts an dieser Klammer. Im nächsten Schritt wird zuerst die obere Grenze in die Stammfunktion eingesetzt. Und dann minus die untere Grenze in die Stammfunktion eingesetzt. Natürlich kann man dann das Ganze zusammenfassen und am Ende hat man den Wert des Integrals, was in diesem Fall natürlich der Flächenhalt sein wird. Ich könnte an dieser Stelle bezüglich der Flächenberechnung über Gott und die Welt reden. Bin aber der Meinung, dass man diese vier Grundfälle der Flächenberechnung am einfachsten verstehen kann, wenn man einfach für jede dieser Fälle eine Beispielaufgabe sieht. Und genau so werden wir es auch machen. Die erste Beispielaufgabe bezieht sich dann natürlich auf den ersten, einfachsten Fall. Also, wie groß ist die Fläche, die der Graph von f im Bereich minus 1 bis 2 mit der x-Achse einschließt? Es ist nicht unbedingt notwendig, das Ganze auch grafisch darzustellen. Allerdings, für den besseren Verständnis, werde ich hier auch die Skizze kurz einblenden. Also, das ist unsere Funktion, f von x. Und jetzt möchten wir im Bereich zwischen minus 1 und 2 die Fläche mit der x-Achse berechnen. Das heißt, die untere Grenze ist dann bei minus 1, die obere Grenze entsprechend bei 2. Und was wir bestimmen wollen, ist natürlich diese Fläche. Und das machen wir auch jetzt mit Hilfe des Integrals. Also, die Grenzen sind klar und deutlich, können wir auch hinschreiben, Integral von minus 1 bis 2. Von unserer Funktion hier, ein Viertel x² plus 1 dx. So, ich hoffe, ihr erinnert euch an den Hauptsatz. Nächster Schritt wäre dann, die Stammfunktion zu bilden, diesen eckigen Klammer darzustellen. Das heißt, die neue Hochzahl von x ist x hoch 3. Dann kommt ein Drittel nach vorne und ein Viertel mal ein Drittel sind ein Zwölftel. Und 1 aufgeleitet ist natürlich ein x. Alles in eckigen Klammern. Die Grenzen werden jetzt rechts an dieser Klammer drangeschieben. Nächsten Schritt müssen wir natürlich die Grenzen einsetzen. Zuerst die obere Grenze, also die 2. Entsprechend werde ich dann haben ein Zwölftel mal 2 hoch 3 plus 2 und dann minus die untere Grenze. Und am sichersten ist, wenn man immer die untere Grenze in diese Minusklammer setzt, dann kann ja nicht Schlimmes bei dem Vorzeichen passieren, wir haben dann ein Zwölftel mal minus 1 hoch 3 plus minus 1. Und jetzt sind wir so weit, dass wir das Ganze zusammenfassen. Natürlich, wenn ihr auch einen Taschenrechner bei solcher Aufgaben zur Verfügung habt, ist ja keine Kunst. Aber in diesem Fall wollen wir es mal auch ohne Taschenrechner probieren. Also 2 hoch 3 sind 8. Deshalb haben wir zusammengefasst hier 8 Zwölftel. Ich kürze an dieser Stelle mit Absicht noch nicht. Dann kommt plus 2. Dann in der Klammer haben wir minus 1 hoch 3. Bleibt ja minus 1 mal 1 Zwölftel sind dann entsprechend minus 1 Zwölftel. Und hinten plus minus ist natürlich minus 1. Dann können wir die Klammer auflösen. Die hintere meine ich. Dann haben wir 8 Zwölftel plus 2. Minus minus ergibt wieder plus 1 Zwölftel. Und minus minus ergibt auch natürlich plus 1. Und jetzt fassen wir zusammen. 8 Zwölftel plus 1 Zwölftel sind natürlich 9 Zwölftel. Was man logischerweise auch noch mit 3 kürzen könnte. Wenn ich das Ganze mit 3 kürze, dann haben wir hier 3 und hier 4. Also 3 Viertel bleibt üblich. Und 2 plus 1 sind natürlich 3. 3 plus 3 Viertel sind natürlich 3,75. Und wir wollten die Fläche bestimmen. Deshalb können wir auch hinten ruhig FE schreiben. Da steht das Abkürzung für Flächeneinheiten. Bei der zweiten Beispielaufgabe verkompliziert sich die Sache eigentlich nur minimal. Der Graph von f von x grenzt mit der x-Achse eine Fläche. Berechne deren Flächeninhalt. Auch das wollen wir uns ein bisschen bildlich vorstellen. Das ist die Funktion f von x. Hier abgebildet. Und ich denke mir, jeder von euch kann nachvollziehen, die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse einschließt, ist die hier. Gut, das einzige Problem im Vergleich zu der anderen Aufgabe ist, dass wir die Grenzen nicht haben. Okay, man könnte hier sehen, was die Grenzen sind, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ihr habt nicht immer ein Schaubild zur Verfügung. Deshalb müsst ihr euch merken, in solchen Fällen sind die Grenzen immer die Nullstellen der Funktion. Und die wollen wir natürlich auch rechnerisch bestimmen und nicht ablesen. Zur Erinnerung, die Nullstellen kann man bestimmen, indem man einfach die Funktionsgleichung gleich 0 setzt. Das werde ich jetzt auch machen. Minus x² plus 4x ist gleich 0. Und dann brauchen wir einen passenden Lösungsansatz. Hier an dieser Stelle tut ja ganz gut dieser Satz vom Nullprodukt. Das bedeutet, beide Terme haben ein x gemeinsam. Und den werden wir ausklammern. Deshalb haben wir x mal. Bei dem ersten Term bleibt minus x übrig. Und plus 4 ist dann wieder gleich 0. Und nach diesem Satz vom Nullprodukt ist hier schon die erste Lösung. x1 ist gleich 0. Um die zweite Lösung zu bestimmen, setzen wir einfach diesen Inhalt der Klammer hier. Minus x plus 4 gleich 0. Formen wir noch ein bisschen um. Wir könnten sagen, an dieser Stelle plus x. Und dann haben wir x2 ist gleich 4. Also, so kann man auch rechnerisch in solchen Fällen die Grenzen bestimmen. Jetzt können wir ruhig unser Integral aufstellen. Also Integral von 0 bis 4. Von unserer Funktion minus x² plus 4x dx. Gut. Als nächstes wieder Stammfunktion bilden. In eckigen Klammern setzen. Die Stammfunktion ist hier entsprechend minus 1 Drittel x hoch 3 plus 2x². Und das Ganze wieder von 0 bis 4. Und dann setzen wir zuerst die obere Grenze ein. Entsprechend haben wir dann minus 1 Drittel mal 4 hoch 3 plus 2 mal 4 hoch 2. Und dann minus. Naja, und wenn wir die untere Grenze einsetzen, passiert hier ein glücklicher Zufall. Wenn ich für x0 einsetze, dann könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, es wird alles 0. Deshalb sparen wir uns das jetzt an dieser Stelle. Also nur die ersten zwei Themen sind üblich geblieben. Und die wollen wir noch ein bisschen zusammenfassen. 4 hoch 3 sind 64 mal minus 1 Drittel sind minus 64 Drittel. Und hinten haben wir 4 hoch 2 sind 16 mal 2 sind 32. Wenn ihr keinen Taschenrechner zur Verfügung habt, müsst ihr natürlich die 32 mit 3 erweitern. Entsprechend werden wir dann haben minus 64 Drittel plus 32 mal 3 sind 96 Drittel. Und dann 96 minus 64 sind 32 Drittel. Und das sind natürlich wieder Flächeneinheiten. Also Fe ist hinten. Die dritte Beispielaufgabe ist sehr ähnlich zu der zweiten. Allerdings taucht hier eine kleine Besonderheit, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Also, wie groß ist der Inhaltefläche, der Graph von f von t mit der x-Achse entschließt? Okay, statt f von x ist hier f von t keine große Sache, ist die gleiche Geschichte. Auch hier wollen wir uns das Ganze ein bisschen vorstellen. Wir haben eigentlich die gleiche Situation wie vorher. Wir brauchen natürlich wieder die Nullstellen der Funktion als Grenzen. Und die sind hier, weil die Fläche, die wir suchen, hier unter der x-Achse liegt. Okay, dann bestimmen wir wieder die Nullstellen. Dafür setze ich die Funktion gleich 0. 1 Viertel t Quadrat minus t sind gleich 0. Und auch hier hilft diesen Satz vom Nullprodukt weiter. Wir klammern diesen gemeinsamen t aus. Dann haben wir 1 Viertel t minus 1 sind gleich 0. Und mit diesem Satz vom Nullprodukt t1 ist natürlich 0. Und um t2 zu bestimmen, setzen wir den Inhalt dieser Klammer hier auch 0. Und formen noch ein bisschen um. Das heißt, erstmal plus 1. Dann haben wir 1 Viertel t sind gleich 1. Und dann, um die 4 hier wegzubekommen, multiplizieren wir einfach die ganze Gleichung mit 4. Somit ist t2 wieder 4. Also, wir stellen jetzt unser Integral auf. Integral von 0 bis 4. Von dieser Funktion hier. 1 Viertel t Quadrat minus t. Und aufpassen, hinten jetzt, weil die Variable t heißt, steht auch dt statt dx. Das war übrigens nicht die Besonderheit, die ich zeigen wollte. Aber ist auch wichtig natürlich für die Darstellung. Dann bilden wir die Stammfunktion. Diesmal wieder 1 Zwölftel t hoch 3 minus 1 halb t Quadrat. Alles wieder von 0 bis 4. Und natürlich setzen wir jetzt wieder die 4 zuerst ein. Dann haben wir 1 Zwölftel mal 4 hoch 3 minus 1 halb mal 4 hoch 2. Und wenn wir die 0 einsetzen jetzt als untere Grenze, passiert mal wieder so ein glücklicher Zufall wie vorher. Ihr könnt ja schon erkennen, wenn man für t jeweils 0 einsetzt, dann kommt wieder 0 raus. Also können wir uns auch ein bisschen die Rechnung hier an der Stelle sparen. Okay, zusammengefasst. 4 hoch 3 waren ja mal 64. Dann haben wir an dieser Stelle erstmal 64 Zwölftel. Und hinten habe ich dann 4 hoch 2 sind 16 durch 2. Natürlich wird hier gekürzt und ausgerechnet. 64 Zwölftel. Naja, auf jeden Fall können wir hier mit 4 kürzen. Dann bleiben oben 16 und unten 3. Und hinten 16 geteilt durch 2 sind natürlich 8. Also haben wir dann entsprechend 16 Drittel minus 8. Um das hier zusammenzufassen, erweitern wir die 8 mit 3. Entsprechend haben wir dann 16 Drittel minus 24 Drittel. Und das sind dann minus 8 Drittel. Okay, was ist hier besonders? Naja, unser Ergebnis ist negativ. Und negativer Flächenhalt gibt es eigentlich nicht. Ist er auch nicht. Dieses Minusvorzeichen davor hat natürlich mit der Lage der Fläche im Koordinatsystem zu tun. Also die Fläche befindet sich unter der x-Achse. Deshalb hat sie einfach einen negativen Vorzeichen. Weil die Aufgabenstellung allerdings einen Flächenhalt sucht, müssen wir natürlich diesen Wert wieder positiv machen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die eleganteste ist hier an dieser Stelle einfach die Betragsstriche zu benutzen. Also drumherum, um diese negative Zahl, ziehen wir zwei Betragsstriche. Und zur Erinnerung, die Betragsstriche machen in diesem Fall einfach aus den Nächsten, eine negative Zahl, eine positive Zahl. Das bedeutet, unser Endergebnis wäre dann offiziell 8 Drittel Flächeneinheiten. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Es gibt noch andere Möglichkeiten, hier das Ergebnis positiv zu machen. Manche Lehrer schlagen auch vor, dass man vor dem Integral Minuszeichen setzt. Und dann muss man halt dieses Minuszeichen die ganze Zeit mitnehmen. Finde ich jetzt persönlich nicht so geschickt. Deshalb bevorzuge ich diese Möglichkeit mit dem Betragsstrichen. Geht am schnellsten und kostet keinen Aufwand. Und wir sind jetzt endlich bei der vierten Aufgabe. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wie groß ist der Inhalt der Fläche, die der Graph von x mit der x-Achse einschließt? Von der Fragestellung eigentlich keine Besonderheit. Aber wenn wir uns jetzt auch hier die Schaubilder-Funktion anschauen, dann erkennen wir ganz leicht, was anders ist. Diese Funktion schließt mit der x-Achse nicht nur eine Fläche, sondern zwei Flächenstücke. Und auch hier, auch wenn wir sie einigermaßen ablesen können, brauchen wir zuerst die Grenzen. Und die Grenzen sind natürlich erneut die Nullstellen. Also, ihr kennt das Muster. Immer schön Nullstellen davor berechnen, wenn die Fragestellung so lautet. Also, ich sehe jetzt die Funktion gleich 0. x auf 3 minus 4x gleich 0. Wir klammern mal wieder x aus. Dann haben wir x² minus 4 sind gleich 0. Und nach diesem Satz vom Nullprodukt, erste Lösung lautet x1 ist 0. Und hier bei dem Termin der Klammer müssen wir noch ein bisschen umformen. Wir bringen die minus 4 rüber mit plus 4. Dann haben wir x² ist gleich 4. Entsprechend ziehen wir die Wurzel und beim Wurzelziehen gibt es natürlich immer zwei Lösungen. Eine positive und eine negative. Also, ihr kennt schon, wir haben diesmal drei Grenzen. Übrigens immer, wenn ihr drei Grenzen habt, auch ohne ein Schaubild zu sehen, denkt daran, es sind zwei Flächenstücke. Wir schreiben jetzt erstmal einen kleinen Ansatz dafür. Ich werde jetzt diese Fläche hier links mit meinetwegen A1 bezeichnen und diese Fläche mit A2. Und um die Gesamtfläche zu bestimmen, müssten wir natürlich, also ich schreiben nochmal hier, A Gesamt, ist allgemein gesehen A1 plus A2. Also theoretisch müssten wir jetzt zwei Integrale rechnen. Allerdings taucht hier eine kleine Besonderheit auf, die man auch ausnutzen kann. Wenn wir uns unser Funktionsterm hier ein bisschen genauer anschauen, dann sollte uns auffallen, dass die Funktionen nur ungerade Hochzahlen oder Exponentenbesitz, hoch 3 und hoch 1. Das ist ein Hinweis für eine punktsymmetrische Funktion zum Ursprung. Und das, so wie es auch hier aussieht, bringt uns auf jeden Fall auf die Idee, dass diese zwei Flächenstücke gleich sind. Es ist nicht notwendig, dass wir beide ausrechnen in diesem Fall, sondern es reicht beispielsweise, wenn wir nur die linke oder die rechte Fläche ausrechnen. Ich werde jetzt die rechte ausrechnen, weil da positive Grenzen gibt und die Rechnung ist einfach ein bisschen einfacher. Also, entsprechend werde ich jetzt sagen, ich berechne jetzt nur A2 mit einem Integral von 0 bis 2 von dieser Funktion, die wir wieder haben, x hoch 3 minus 4x dx. Und dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Wieder Stammfunktion bilden. Das wäre dann 1 Viertel x hoch 4 minus 2x² von 0 bis 2. Und jetzt setzen wir zuerst die obere Grenze ein, also die 2. Dann haben wir 1 Viertel mal 2 hoch 4 minus 2 mal 2 hoch 2. Und wenn wir jetzt die untere Grenze einsetzen wollen, passiert mal wieder ein glücklicher Zufall. Alles wird 0, deshalb können wir uns das eigentlich auch sparen. Und die ersten Terme schon zusammenfassen. 2 hoch 4 sind 16, 16 durch 4 sind natürlich 4. Und 2 hoch 2 sind 4, mal 2 sind 8. Also wir haben dann 4 minus 8, was natürlich minus 4 ist. Diesmal erschrecken wir uns nicht von der negativen Zahl. Wir sehen ja auch, dass diese Fläche A2 unter der x-Achse liegt. Wir nutzen die Betragsstriche und sagen gleich 4 Flächeneinheiten. Da die zwei Flächenstücke jetzt gleich groß sind, können wir auch sofort die Gesamtfläche ausrechnen und sagen, A Gesamt ist natürlich 2 mal 4 und das wären dann 8 Flächeneinheiten. Gut, das ging ja jetzt nur so schön glatt, weil die zwei Flächenstücke gleich groß wären. Und wenn nicht, dann müsst ihr tatsächlich jeden einzelnen Integral für sich selbst ausrechnen und am Ende alles zusammenzählen. Zum Schluss vielleicht noch ein paar wichtige Hinweise. Natürlich kann man die Flächenberechnung auch auf andere Funktionstypen wie E-Funktionen oder Sinus- und Kosinus-Funktionen anwenden. Wenn Bedarf tut es dazu, findet ihr eine Playlist im Abspann. Ihr habt bereits gemerkt, ohne Stammfunktionen bilden zu können, braucht ihr gar nicht solche Aufgaben anfangen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch die Flächenberechnung zwischen zwei Funktionen. Es gibt natürlich auch noch andere Themen beim Integral, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel das uneigentliche Integral, da geht es um endliche und unendliche Flächeninhalte, sowie Mittelwerte von Funktionen und Rotationskörper. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr ebenfalls gleich im Abspann. Vielen Dank.